so entschuldigt bitte ich werde das nachher gucken ob ich das alles irgendwie zusammengeschickt geschnitten kriege wenn nicht in der nächsten folge weil irgendwas macht hier heute bei mir wahnsinnig probleme drum wenn das so weitergeht werde ich wohl auch nicht weitermachen weil so macht mir das auch keinen spaß es ist recht nervig muss ich zugeben aber bis jetzt hat super geklappt und jetzt hat es auch alle zuschauer rausgeschmissen und mega nervig gerade keine ahnung was schon wieder hat oder ob es mein internetanbieter ist aber ich hatte eigentlich in der zeit wo das eben die probleme gab habe ich gerade ausprobiert und speedtest durchgeführt ich hatte genug ne also hier irgendwie ist die internetverbindung völlig mist bricht immer wieder zusammen und immer wieder ab ja ich muss mich entschuldigen liebe leute ich glaube es hilft alles nichts ich werde an dieser stelle den stream beenden ich werde die folgen schnell runterladen werde sie neu hochladen zusammenschneiden wenn es mehrere streams sind oder sie kurz umbenennen aber so macht das ganze für mich keinen sinn und vor allen dingen auch kein spaß wenn das hier ständig ruckelt und abbricht und die verbindung hier nicht funktioniert mit dem internet dann soll man es einfach lieber besser sein lassen wenn man es wenn es gar nicht will finde ich sehr schade ich hatte gerade eigentlich glaube ich einen recht guten einstieg recht guten flow wie man so schön sagt ging jetzt gar nicht so schlecht bis jetzt aber schön ist es nicht einfach so gute versorgung kommt der ist zumindest auch schon mal da dazu das ist doch super aber nee dann liebe leute es tut mir leid lasst es für heute gut sein das ist super nervig ich glaube man merkt es auch es frisst mich gerade so ein bisschen an ich sage auch für die leute an youtube vielen dank fürs zuschauen ich hoffe ich hatte wenigstens ein klein bisschen spaß am anfang dieser folge ansonsten wie gesagt sorry dafür wir sehen uns entweder am wochenende versuche ich es vielleicht noch mal wenn es dann vielleicht ein bisschen besser klappt oder vielleicht auch mit dem zweiten projekt dann oder aber halt sonst wieder wie gewohnt die folgen am freitag also sprich morgen kommt noch mal eine neue folge der fünften staffel und ansonsten wieder dienstag hier mit dem stream ansonsten schönen abend schönes wochenende und bis zum nächsten mal bei bei bis zum nächsten mal bei bei Untertitelung des ZDF, 2020